Mein Name ist Christine Weinhardt und ich bin 57 Jahre alt. Ich möchte hier erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Roberts Mittel genommen habe, das heißt die von Robert empfohlenen Mittel. Ich litt jahrelang unter Baker-Zysten in meinen Knien. Im Oktober 2016 ist mir die Zyste im linken Knie geplatzt und ich konnte daraufhin nicht mehr laufen. Ich habe Tage gebraucht, um das Bein überhaupt wieder benutzen zu können. Das knickte immer weg, ich konnte es nicht belasten. Ich konnte nicht Fahrrad fahren, ich konnte keine Treppen steigen. Ich war mit Mühe und Not in der Lage, ein paar Meter geradeaus zu gehen. Die Ärzte meinten, es würde auf eine OP hinauslaufen, ich soll die Zeit mit Schmerzmitteln überbrücken. Ich war total verzweifelt, weil eine OP wollte ich auf gar keinen Fall und habe dann auf Empfehlung meiner Schwester mich mit Roberts Videos befasst. Habe mir das angesehen und dann beschlossen, mich darauf einzulassen, weil ich dachte, schaden kann es nicht und schlimm war es schon. Also habe ich dann mal geguckt, was ich so alles nehme, habe das auf mich selber, auf mich abgestimmt, habe aufgefüllt mit D3, K2, Magnesium, Calcium, MSM, OPC, Vitamin C, B-Komplex und habe dann im Laufe des Jahres dann noch so verschiedene andere Sachen dazu aufgefüllt, nachdem ich mich halt schlau gemacht habe, wogegen die alle sind. Aber das Wichtigste war mir das Anliegen, die Beine. Und ich war bereits nach wenigen Wochen in der Lage, wieder zu laufen, langsam Fahrrad zu fahren. Den Winter habe ich dieses Mal sehr gut überstanden. Also es hat mir nichts mehr ausgemacht, dass es draußen dunkel war, dass es schlechtes Wetter war, dass es lange regnete. Ich habe mich also nicht mehr so diese November-Depressionen, die habe ich überhaupt nicht mehr gehabt. Auch dieses Jahr habe ich das alles so überstanden, ohne dass es mir dabei schlecht ging. Die Beine sind über das Jahr so gut geworden, dass ich wieder Wanderurlaube machen kann, die für mich alle tabu gewesen sind. Ich fahre wieder Fahrrad. Ich muss also kein Elektrofahrrad mehr benutzen, sondern ich kann wieder mein ganz normales Fahrrad nehmen. Ich kann mit meinen Hunden stundenlang durch die Wälder laufen. Ich habe im Herbst eine 25 Kilometer lange Spreewaldwanderung gemacht. Ich habe keinerlei Schmerzen mehr. Aufgefallen ist meiner Friseuse, dann direkt nach einem halben Jahr, nachdem ich das alles eingenommen habe, dass ich keinerlei graue Haare mehr habe. Die sind komplett weggegangen. Die sind gar nicht mehr da. Und sie war so überrascht, hat alles nachgesehen. Ich habe auch meine Farbe rauswachsen lassen, um mich selber zu überzeugen. Es sind keine grauen Haare mehr da. Mein Zahnarzt, dem ich erzählte, was ich alles nehme, sprach mich jetzt eine Woche vor Weihnachten darauf an und meinte, ob ich das noch machen würde mit den Mittelchen. Ja klar, habe ich gesagt, mache ich das noch. Warum? Sie haben keinen Zahnfleischrückgang mehr. Ich litt also jahrzehntelang unter Parodontose. Ich habe mehrere Brücken im Mund. Die Zähne sind einfach ausgefallen oder sind daraus geeitert. Das habe ich auch nicht mehr. Ich habe kein heiß-kalt Schmerzempfinden mehr. Das ist weg. Ich habe kein Zahnfleischbluten mehr. Ich kann also meine Zähne putzen, ohne dass das ganze Waschbecken rot ist. Das ist alles weg. Der Zahnarzt war eben so am Anfang sehr skeptisch, was das betrifft, aber hat mich jetzt gefragt, was ich denn alles nehme, um sich damit mal näher auseinanderzusetzen. Ich habe diese ganzen Sachen nicht in kleinen Dosen genommen, sondern in hohen Dosen. Ich habe also am Tag neun MSM genommen, habe acht OPC genommen. Das Ganze mit der entsprechenden Menge Vitamin C. Ich habe auch mein D3 mit 50.000 Einheiten aufgefüllt, zehn Tage lang, und nehme seitdem zehn Tropfen pro Tag an Vitamin D3 und eine in meinem Körpergewicht entsprechende Menge K2. Ich bin sehr zufrieden mit den ganzen Dingen und ich beabsichtige, das auch weiterzumachen, weil es geht mir gut. Ich habe keinerlei Grippe mehr gehabt seit über einem Jahr. Ich habe keine Erkältungskrankheiten, ich habe keinen Schnupfen, ich habe keinen Husten mehr. Ich war sonst, ich arbeite als Erzieherin, ich war sonst regelmäßig krank, habe mir alles eingefangen, was die Kinder so mitgebracht haben. Und im Moment bin ich die Einzige, die immer übrig bleibt, wenn die Krankheitswelle kommt. Ich habe seitdem nichts mehr. Ich habe meiner Hausärztin von dem Ganzen berichtet, und die war, was mich angenehm überrascht hat, meiner Meinung, und hat mir geraten, dass ich das weitermachen soll. Ich sehe mir weiterhin Roberts Videos an, um noch mehr für mich zu entdecken und da herauszufiltern, was mir gut tut. Dann gibt es noch etwas zu berichten. Meine Mutter hatte vor drei Jahren einen Schlaganfall. Vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich ihr und auch meine Schwester die Mittel von Robert empfohlen. Und sie nimmt seitdem auch D3, K2, MSM und OPC und auch Magnesium. Und unsere Mutter ist dadurch dem Schlaganfall, ja, wie entronnen sie ist, wie neu geboren. Sie kann auch wieder Fahrrad fahren. Sie läuft heute am Gehwegelchen, aber sie läuft. Und sie kann die Treppe rauf und runter gehen. Also sie hat dadurch auch nur an Lebensqualität gewonnen. Sie macht das auch mit großer Überzeugung, ist aber leider nicht bereit, das auf einem Video wiederzugeben. Weil sie halt etwas kamerascheu ist und möchte nicht, dass man sie sieht. Aber ich kann sagen, das war die beste Entscheidung, unsere Mutter damit einzubeziehen. Und so werden wir langsam immer mehr diese Naturmittel ausprobieren. Und wir sind alle hochzufrieden.